Bus Simulator Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play, den Bus Simulator. So, als erstes kommt ein neues Unternehmen. Ich zeige das so, wie ich das jetzt hier live vor mir sehe. Ich guck mal als erstes bei diesen ganzen Einstellungen. Mini Karten, Sichtbarkeit, nur im Bus, nur in Ego an sich, nur in Außen an sich, nie sichtbar. Die Mini Karte, die mir ja zeigt, wo ich hinfahren kann. Also die mir den Weg zeigt, wie ich fahren soll. Weil ich abbiegen muss und so. Ähhh... Ich würde mal sagen, wir zeigen die Karte nur im Bus an. Mal sehen. Die Spiegelsichtbarkeit, immer sichtbar, nur in Ego an sich. Nur in der Außenansicht, nie sichtbar. In einem kleinen Video habe ich schon mal gesehen, was diese Spiegel halt sind. Da hat man dann links und rechts am Bildrand nochmal extra Spiegel, obwohl der Bus selber ja auch Spiegel hat. Ich finde den Anfang mache ich erst einmal, äh, nie sichtbar. Also auszuschalten, mal gucken, wie das ist. Untertitel, wenn die Fahrradbedingungen sie unterhalten werden. Nö, braucht gar Untertitel. Man hört es ja, wie die sie unterhalten. Ist ja auch nicht so wichtig. Die Kurvenvorschau aktivieren. An und Aus. Was soll denn bitte für eine Vorfrau an Kurven? Äh... Ich lasse es erst mal aus und dann, wenn ich einmal gefahren bin, erst auf wieder mache ich das mal auf an, um zu gucken. Äh... Ja, was da für ein Unterschied ist bei an und aus. Mal sehen. Bremskraftfaktor 1. Wie stark der Bus bremsen soll oder was? Ich lasse es erst mal bei 1. Kopfbewegungswert. Kann auch mal 1 bleiben. Genau, die Autoanzahl hoch, mittel, niedrig. Aber ganz aus kann man es nicht machen. Aha. Ne, wenn vor und dann hoch hier. Wenn vor und dann richtig. Ein Fahrgast blockiert eine Tür. Ah ja, da kann man einstellen, wie oft das vorkommen soll während einer Fahrt. Ähm... Um die... Ja... Ich mach mal auf niedrig. Fahrgast vergisst den Bus zu verlassen. Das kommt bei mir nie vor. Die steigen alle aus. Das machen wir mal auf niemals so. Das heißt, die steigen alle immer aus. Fahrgast hört laute Musik. Na, auf mittel ist er auch ziemlich oft. Das ist dann... Ähm... Ich mach mal auf niedrig. Fahrgast lässt Müll im Bus liegen oder fallen. Äh... Ja, komm einfach mal auf niedrig. Ja, komm einfach mal auf niedrig. Nicht, dass der Zug auf dir vorkommt. Auto blockiert Haltebuch. Aha. Ja... Ja, das kommt im echten Leben auch oft vor. Das mach ich mal auf mittel. So... So... Ähm... Gesamtlaufstärke 1. Und dann geht's hier... Ah, ja. Busfunktion... Was? Busfunktionen... Lautstärke. 1. Motorlaufstärke, ja. Autolaufstärke. Ähm... Da kann ich mal zwei Stufen runter drehen. Warte, die Umgebung. Laufstärke ist normal. Soll ich ein? Genau, hier ist die Musik. Ich lasse hier mal erst mal auf 0,5. Das ist... So im Hintergrund hört man dann was. Dialoglauch. Okay, Laufstärke der Benutzeroberfläche. Ja, kann auch so normal sein. Alles klar. Und hier ist die Steuerung. Okay, ich hab diesen Controller in der Hand. Äh... Dann schau ich mal um. Fangen wir an mit L2 ist Bremse. R2 ist Beschleunigen. Okay. Nach links blinken ist L1. Nach rechts blinken ist R1. Okay. Lichter einstellen. Aus, niedrig, hoch, Dreieck. Dann kommt Kreis, Geschwindigkeitsbegrenze. Ah, ja. So. Und dann haben wir hier diese sogenannte X-Taste. Wo Sony aber neulich behauptet hat, das ist die Kreuztaste. Äh... Ja, ich mein, viele Jahre und Jahrzehnte, wo das immer X-Taste genannt. Und jetzt auf einmal hat Sony gesagt hier. Nö, nö. Das heißt jetzt... Äh... Aktuell und überhaupt nicht offiziell... Kreuztaste. Also... Naja... Ein Kreuz sieht bei mir ganz anders aus. Ha! Äh... Gut, ich sag immer noch X-Taste dazu. Äh... Quadrat... Ja, das ist alle Türen öffnen oder schließen. Wenn es schnell gehen soll, da muss ich mal gucken. Hupen ist auch mit R3. Alles klar. Steuerkreuz ist nach oben gedrückt. Zoomen, rein, raus. Fahrkartenautomat ein oder aus ist rechts. Handbremsen... Äh... Hm... Gut, da muss man denn mal sehen, was... Oh, da ist so... Jooi... Horn... Ja gut, Kamera, die lasse ich einfach mal so. Lenkempfindlichkeit. Ja, genau, da muss ich mich mal dran gewöhnt, gucken, was besser ist. Jetzt habe ich da 0,4. 0,4, das geht hoch bis 5. Da muss ich dann mal sehen, was da der Unterschied ist. Ich lasse mal ganz normal auf 0,4. Mal gucken. Lenkeingabemodus. Absolut. Absolut. Äh... Aha... Lenkwinkeländerung. Ach, ey... Absolut. Ich lasse mal bei absolut dann. Aktiviere sanfte Lenkung. An, aus. Ich lasse mal an. Gut. So. Dann gehe ich wieder zurück. Dann habe ich hier die Credits, aber die brauche ich nicht laufen lassen. Server Browser muss jetzt auch nichts sein, ne? Das ist genau. Dann kommt hier ne... Ähm... Unternehmensmenü. Genau. Das ist wieder hier. Okay. Und ich habe jetzt hier oben nur im Bus. Ja. So. Okay. Äh... Ach Gott. Gib... Äh... Bitte gib den Namen deines Unternehmens ein. Wie viele Buchstaben kann ich denn überhaupt machen? Ich habe mir ja vor einiger Zeit diesen Bausimulator runtergeladen und da konnte ich auch nicht das eintippen, was ich wollte, weil am Ende ein Buchstabel gefehlt hat. Haha. Wie viele Buchstaben kann ich denn hier eintippen? Lass mal gucken. Eins, zwei, drei, vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf... Zwölf... Dreizehn... Vierzehn... Fünfzehn... Sechzehn... Siebzehn... Achtzehn... Neunzehn... Zwanz... Oh, das ist aber viel. Äh... Da, Alter. Okay. So viel brauche ich nicht. Oh Gott. Wie heißt denn mein Busunternehmen? Oh... Okay. Ich muss hier dann mal kurz schneiden, weil ich mir erst mal ein paar Minuten an den Namen ausdenken muss. Hahaha. Gut. Ich melde mich gleich wieder, weil ich mir den Namen ausgedacht habe. Ich schneide das mal eben. Bis gleich. So... Jetzt nach etwa zehn Minuten habe ich mir den Namen ausgedacht, wo ich mir gedacht habe, okay, pass auf. Das Unternehmen... Äh... Mache ich so... So... Und zwar den Namen ergeben... In der Stadt, wo ich halt da fahre. So zum Teil... Es gibt ja einen Stadtteil, einen Bereich oder so... Ich weiß nicht, ob das jetzt der ganze Bereich ist, aber auf jeden Fall weiß ich als ein Teil davon, äh... Seaside Valley heißt. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum nicht, dann äh... Nenn ich das Seaside Valley Unternehmen. Es gibt ja zum Beispiel auch in Hamburg das Hamburger Unternehmen oder hier... Die Busse, die sind ja abgekürzt mit den drei Buchstaben HVV. Das steht ja dann für den Hamburger Verkehrsverbund. Und in Seaside Valley wo ich unterwegs bin, da habe ich mir gedacht, okay, weißt du was... Ich nenne das dann hier Seaside Valley Unternehmen. Könnte man auch abkürzen mit SVU. Aber dann würde man ja auch... Naja gut, äh... SVU. Könnte man sich ja sonst was darunter vorstellen. So... Mein Unternehmen heißt Seaside Valley Unternehmen. Äh... Bankrott aktivieren. Ja, nein. Ich glaube nicht, dass man da bankrott gehen kann. Da muss er ja schon so doof sein und keine Ahnung, tausendmal überrot fahren. Tausendmal Autos rammen und keine Ahnung, Leute umfahren. Äh... Fahrtmodus vereinfacht. Realistisch? Aber wenn schon dann realistisch ist. Was das jetzt auch hier bedeuten mag. Äh... Stadt auswählen. Ach, ist das hier unten Seaside Valley. Ja, ich drücke links und rechts, aber... wir sehen... da tut sich nichts. Okay. Gut. Dann ist das hier am Anfang erstmal nur diese eine auswählenbar. Zielzeit Valley Stadt. So. Wenn ich jetzt wieder auf Zurück gehe. Nein. Dann. Nein. Nehmen wir einen Groß hier. Seaside Valley Unternehmen nochmal. Äh... Ich hätte gerne das U in Groß. So. Seaside Valley Unternehmen. Ja. Moment. Okay. So. Das heißt jetzt. Wenn ich auf Zurück gehe, dann geht das hier ja wieder weg. Muss ich auf Dreieck drücken. Erstellen. Betritt. So sieht er. Okay. Unternehmen beitreten. Aha. Okay. Nur der Eigentümer des Unternehmens kann den Dresscode ändern. Was das auch seine mag. Keine Ahnung. So. Ich fahre in Seaside. Wohin auch immer. Äh... Am Anfang wird hier erstmal lange geladen. Das ist eine Katze. Als Werbung. Okay. Ähm... Ja. Ich bin mal gespannt, ob man vielleicht den Namen, den man da eingetippt hat, bei sein Unternehmen eher sehen kann. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich mal ein Spiel äh schon einige Zeit habe, wo man seinen eigenen Bauernhof hat und so weiter und da oder eine Farm wie auch immer und da hat man halt einen Namen eingeben müssen und da sah man halt den Namen, den man sich ausgesucht hatte halt bei sich am Haus an der Tür. Das war lustig. So. Was wollen wir denn sein? Männlich? Weiblich? Ich... Ich bin ein Mann, aber so sind wir männlich. So. Uniform 1. Uniform 2. Okay. Das ist... Aha. 1 oder 2. Ich bleib mal bei 2. Äh... Primärfarben. Blau. Dunkles Rot. Oh. Ein helles Rot. Äh... Ein grün. Ein hellgrün. Oh ja. Ich habe wieder beim... Äh... Ja. Noch ein rötliches... Rot. Oder aber ich von durch? Habe jetzt nicht auf die Zahl geachtet. Oha. Pinky. Äh... Ne. Braun. Hell. Ja. Ja. Okay. Warte mal. Ich komme aus Hamburg. Okay. Ich muss wieder zurück gehen, weil anders geht es nicht. Äh... Neh... 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 Vielleicht dieses dunkle Blau. So ein ähnlich habe ich auch eine an. Dunkelblau. Nicht ganz so hell blau, aber ein bisschen dunkel. Was habe ich hier? Ach die Krawatte. Äh... Ja. Rot auf blau. Das beiß ich aber sowas von. Grün. Nein. Danke. Äh... Ach Gott. Ja. Blau könnte man nehmen. Grün geht eigentlich. Ja. Ach Gott. Äh... Keine Ahnung. Ich lass mal diese Farbe. Haarfarbe. Genau. Haarfarbe. Äh... Keine Ahnung. Neh... Keine Ahnung. Neh... Oh Gott. Ne, 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 ne. Warte mal... Äh... Grün? Nein, will ich auch nicht haben. Blau auch nicht. Oh je. Ich lass das so dunkel. Warum nicht? Hautfarbe? Was? Oh Gott, jetzt werde ich jetzt zum Monster oder was? Ein Zombie. wenn von hell dann bleibe ich hell aber kann vielleicht ja klein tick dunkler so hell bin ich es auch nicht was andere dinge aber irgendwie zu kämpflich aus so na ja gut dann wäre das ganze mal abschließen oh hallo hier drüben schön dich wieder zu sehen hoffentlich war der verkehr nicht zu übel egal sie mal hier der total coole mercedes citaro k direkt vom hof gekauft drüben in sunny springs klar das ist ein kleineres modell aber ich bin mir sicher dass die ganze stadt in diesem bus mitfahren will und bei unserem kleinen projekt auch okay ich höre meine schritte ziemlich laut das wird jetzt erst mal erklärt öffnet die vordere tür indem du mit den türtaste x ok sieht aus wie kaffee werbung da hinten das wäre plöger der plöger meine schritte sind ein bisschen laut ich dachte ich hätte irgendwie leder schuhe oder sonst was an hier aber lass mich mal erstmal kurz ein bisschen umgucken soweit ich hier kann ich glaube ihr sitzt auf der verkehrten seite aber naja gut so wann fährt denn hier der bus das ist aber ziemlich weit unten bei mir hier in hamburg sind die dinge wo man gucken kann wann der bus kam ich uhrzeit in kopf höhe aber nicht hier fast auf dem boden ja kann ich hier irgendwie mit tastendruck rand zoomen oder sowas im moment das exe menü kann nur im bus geöffnet werden ja gut ich will nur gucken was alles klar gibt aber jede menge ja wie sagt man halte bereiche hier also sechs haltestellen bei der bahn heiser sechs gleise hier sind das werbung für ein handy ok hallo das ist ziemlich dunkel dort da kommt auch nicht weiter eine kirche kann ich hier automatisch schon mal weit laufen oder das im moment gesperrt am anfang mal gucken ein kugelfilf am 20.12.2019 ok also noch ein bisschen hin der verkehrt über meine kopfhörer ja ein wenig laut ampel geht auf grün hier ist eine kante ok da könnte man rüber gehen da ist oben jetzt rot und unten grün du denkst du erstmal her ja was stimmt denn jetzt zweifarbig da war's ja gar nicht na ja gut Hier ist ein CFA-Streifen, hier kann man also rüber. Naja, hier ist ein Weg. Ich glaube meine Friede könnten ein wenig leiser sein, aber soll auch dann der Meini noch nicht mal, wenn ich draußen irgendwo lang gehe. Äh, CFA-Streifen, hallo? Okay, das heißt, man kann eigentlich hier wie bei GTA sich frei in der Stadt bewegen. Jetzt wurde ich noch nicht aufgehalten. Vielleicht gibt es ja auch hier was zum einsammeln oder Geheimnisse, die man irgendwo finden kann. Ich glaube bei GTA 5 gab es da auch irgendwie so Sachen, die man einsammeln konnte. Ich glaube, irgendwas mit dem UFO gab es das mal oder was? Von ewig her, wo ich das mal gespielt habe. Au. Da wird irgendwie was gebaut. Alter, hier stehen so viele Autos am Straßenrand und so. Ah, ja, 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 ja. Was hab ich denn? Uh, der alte Du. Und hier? UR. Was ist UR? Noch mal UR. Noch ein UR. Noch ein UR. 76 T7K, 76 T7K. Gut, das sind die selben Nummernfelder, aber das soll uns ja nicht stören. Radobano. Was ist denn bitte für ein Radobano? Ein Einkaufszentrum? Radobano. 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 So, hier. Auf diesem Wege geht es nie wieder zurück zum Russbahnhof. Radobano, fit. Alles klar, ich bin hier fit. Okay. Der Straßenlärm. Ja. Ist normal. Durch die in der Fahrräder. Könnt man mit dem Fahrer wieder zurückfahren. Da hält mich halt ein schöner Park zu sein oder sowas. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören durch den Straßenlärm hier. Das ist ja Halleluja. So, ich drücke links, ich drücke rechts. Nein. Und das hier ist also die Ego an sich. Ich bin so ein alter Ego. So. Uh. Gibt es hier irgendwo ein E-Bike oder sowas? Dass ein Park kommt auf. Naja. Gut. Ich habe... Boah. Schönes Wetter. Im Moment. Gut. Ich weiß, dass ich hier in die Richtung irgendwie laufen muss. Im Moment. Nein. Hier sieht nach dem Café aus und sowas. Hallo. Ich hätte gerne eine Latte. Also ich meine äh. Ja. Wir sitzen da und warten. Das ist natürlich nicht so schön. Ah. Im Moment schon. Ruhig hier. Okay. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo was einsammeln kann. Dann würde ich sagen. Junge Frau. Sag mal. Wo hat denn die Frau ihre Hand? Die alte Sau. Doch nicht hier auf der... Also wirklich. Okay. Äh. Vorne macht man die Tür auf. Ich weiß. So. So. Betrete den Bus und interagiere mit dem Fahrersitz um Platz zu nehmen. So. Ich steig ein. Führerstand betreten. Ich drücke X. Super. Ich setz mich einfach hier hin, während du es dir auf dem Fahrersitz bequem machst. Bitte was? Ah. Meine Fahrlehrerin. Oder so. Wechsel in die Außenansicht mit L3. Okay. L3. Zack. Und wieder in die Ego-Ansicht. Zack. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Ja. Okay. Jetzt kann ich mich hier mit dem rechten Stick erstmal umgucken. Oha. Das sind so für einzelne Tasten. Fahrgasabteilbeleuchtung. Fahrgasabteilbeleuchtung. Wie sieht es aus? Ich sehe nichts. Ähm. Führeraufstandbeleuchtung. Okay. Moment. Fahrkartenautomatbeleuchtung. Fahrkartenautomatbeleuchtung. Äh. Fahrkartenautomatbeleuchtung. Äh. Fahrkartenautomatbeleuchtung. Äh. Äh. da irgendetwas hier mit kein an der beleuchtung aber gut warnt mit anlagen oder es ist genau kein licht weil ich habe so gesehen kein strom weil der motor läuft da noch nicht das kann sein so ich drücke mal nach oben öffnet das exaktionsmenü schließe das aktionsmenü schalte die zündung ein indem du die anzeigetaste im führerstand oder die an gezeigte taste drückt äh touchpad ok jetzt brennt das gut ähm 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 äh kann ich denn jetzt vielleicht hier farkad automat beleuchtung das sieht immer noch gleich aus äh der pfeil zeigt dahin da muss ich hier ha 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 ich kann hupen geil was so äh moment hier nah ran zündung schalte die freienwerfer ein indem du im führerstand hervorgehobene taste oder zweimal die angesagte taste drückt ok warte mal wenn ich jetzt hier ach ja das ist so leicht gläu könnte man da entweder dann drücken fahrzeug lichtschalter oder dann eben auf dreieck dann würde ich doch lieber dreieck drücken ok alle lichter an fernlicht naja sehe ich auch so schon aber es wird oh jetzt haben wir licht na also jetzt ist hier drin licht jawoll schließe alle türen ok so ja ich will wieder raus bist du bereit den öffentlichen nahverkehr zurück nach seaside valley zu bringen ja super dann löst die feststellbremse und fahrrichtung ausfahrt ok äh feststellbremse da unten gelöst und beschleunigen mit er ok so das ist dieses das brauche ich damit nicht dann drücke ich mal r2 und ich fahre los mit dem bus bremse ist auch r2 nein l2 nächster hall siegenstraße oh und bevor ich es vergesse ich habe eine überraschung für dich ja folge einfach der gps-route wieso zeigt der pfeil da wenn ich hier links ok moment ich kann jetzt entweder hier auf der linken bildseite meinen gps dps anzeigen lassen oder halt hier vorne dann kann ich die eine karte ja ausmachen warum soll ich denn zwei karten haben wobei ja 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 ok das heißt der blaue stinkt ist nach links also muss ich auch mal links blinken so das hört man und man sieht es auch da da blinkt der blinker der linke alles klar so gucken dass hier kein repensiv auf streifen kommt ok wir fahren mal wieder etwas vor so gucken da kommt jemand der hält da ok gut der fährt auch langsam uah vorsicht moment erstmal die lenkung hier kennenlernen ja und der blinker geht auch alleine aus wenn man eingeht ok oh gelb mein vorgänger war kein freund des öffentlichen nahverkehrs deshalb ging hier alles außer betrieb in sunny springs da wo ich gearbeitet habe haben wir eng mit dem örtlichen busunternehmen zusammengearbeitet das hat die zufriedenheit unserer einwohner deutlich verbessert ok so da stand er eben dran ich soll den begrenzungsdingen aktivieren geschwindigkeitsbegrenzer habe ich jetzt gemacht so am bild ist noch auf rot gelb ok grün wo muss ich denn hin ach nach links links blinken so hier rüber so und ich hab den ja wieder alleine ausgegangen also gut dann brauchen wir nicht drauf äh dran decken den selber auszumachen und schon wieder eine ampel so hier halte ich an kurz vor dem zeefrappstreifen und weiter geht's muss ich nein ich muss noch nicht abbiegen oh oh gleich kommt die erste haltestelle ich hoffe du erinnerst dich an dein training ich habe nämlich ein paar leute zu unserer jungfernfahrt eingeladen halte nah genug am bordstein und innerhalb der markierung oh und vergiss nicht zu blinken ich werde es versuchen nicht zu vergessen hoch ach du heilige kacke ich hab da irgendwas mitgenommen und die ampel da ah ja ja zu ok entschuldigung der erste unfall eine ampel nächster halb siegesstraße ja die durchsage hast du schon mal gemacht oh gott äh Türen auf hallo zusammen guten morgen frau tannhauser schön dass sie es geschafft haben hallo mira danke dass sie mich eingeladen haben hey sam wie geht's ihrer tochter oh danke mira sie ist ganz schön im stress in letzter zeit sie ist recht lebhaft stimmt's schön dass ihr da seid setzt euch bitte hin wir fahren gleich ab so jetzt muss ich hier oben in den blinker gucken hinter mir kommt gerade kein wagen das ist gut kann ich losfahren aber ja zu stark eigentlich jetzt kommt der schwerste teil siehst du die uhr glaubst du du schaffst es rechtzeitig zur nächsten haltestelle keine ahnung wie schön dass so viele leute zur testfahrt gekommen sind sie scheinen sich wirklich auf die einführung des öffentlichen nahverkehrs zu freuen das geräusch vom bus hört sich richtig gut an wer drückt da so aufsteigen guck ich mal in den spiegel ok so gehen wir wieder zu machen was sagt hier der spiegel ok ok nächste halb flusspromenade joh wei 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 alter flusspromenade kenne ich nicht Moment, das ist ein CV-Streifen alt Ich habe noch 37 Sekunden bis zur nächsten halte Stelle Es müsste klappen Ja, dann würde ich da wieder aufsteigen Läuft doch ganz gut bis jetzt Der nächste Halt ist gleich da drüben Ich habe schon mal geblinkt Aubrey und ich sind vor einer Weile hierher gezogen In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden Es gefällt uns hier wirklich sehr Hier gibt es einige tolle Restaurants Gut gebremst Wenn man vom Teufel spricht Darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey Schatz Die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen Na klar, bestell schöne Grüße Okay Kommt noch jemand? Nein? Gut, dann mach ich dir zu So Linksblinken, gucken Au, da kommen wieder keine Im Sommer laufe ich gern an dieser Promenade entlang Es wird immer ein frischer Wind Die Bäume spenden Schatten Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit Büüüb Da würde ich heiß ausreißen ok 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 ah ja aber ja beinahe ich vorbeigefahren da würde auch jemand aufsteigen ok ich würde das nicht runter machen hierzu blinker ok kommt kein wagen im moment das ist toll wie war die tolle ansage ja so blinken bremst doch alter aber diese bremse der braucht ein paar meter bis er zum stehen kommt fahrerfenster damals später noch mal was gucken erst mal hier ok ok vorsicht der da vorne da muss halten meine autofahren ist klar kann ich aber so ein riesen bus lenken das ist mal wieder was anderes schlag noch alles heilige kacke ich habe doch den tempomat hier drin naja gut wasser füge so abblicken unser nächster halt ist gleich da vorne entschuldigung ich bin extrem aufgeregt ok muss hier für die rollstuhlfahrer hallo eine fahrkarte bitte das ist nur eine art testfahrt obwohl das wäre eine gute gelegenheit um zu überprüfen ob der fahrkarten automat funktioniert stimmt ok mache ich so was will er denn eine dauer eine dauer möchte gehen ein moment einzeln haben wir hey ich hätte nicht gedacht dass sie kommen hey mira ja ich war nicht sicher ob ich es schaffe professor zellermann hallo moment sie hätte ich hier gar nicht erwartet die gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen meine verlobte hat schon unser auto verkauft weil wir endlich wieder bus fahren können im ernst dann hoffen wir mal dass unser vorhaben erfolgreich ist genießen sie den tag zwei alles klar ok so moment gibt das wechselgeld davon kann erhalten fünf euro so wechselgeld kriegt er ein euro fertig zurück moment hier ein euro 40 20 40 bitte verkauft und verlassen ok hallo können sie bitte die rampe runter lassen klar kein problem kannst du zum einsteigen bitte die rampe herunter lassen und wo finde ich die wo finde ich die rampe aber da stand was dran rampe ok er ist drin herzlichen dank wenn die busse wieder fahren wird es für mich viel einfacher von a nach b zu kommen ok bis jetzt läuft es doch ganz gut ich glaube wir können weiter ja das schwimmbad ist ein toller ort um in der freizeit zu entspannen es gibt nette ruhebereiche und wundervolle massagen die gar nicht so viel kosten es sind sogar ein paar leute dabei die ich nicht kenne es scheint sich rumgesprochen zu haben ich bin schon extra langsam gefahren kann ich noch mal nach links rüber weil doch gegenverkehr ist alles klar ja ihr braucht doch nicht klingeln ist auch endstation man ich blinke trotzdem mal wenn ich das vielleicht nicht machen müsste aber gut fahr ich überhaupt richtig jetzt hier weil der strich der zeigt den weg wieder zurück ich wollte doch nicht da abbiegen müssen ach du heilige naja jetzt ist das zu spät jetzt ist ja die mauer im wege ich hätte da nicht abbiegen müssen aber der blaue strich hat auch einen bogen gemacht naja naja egal wenn wir hier mal ein bisschen gegen gerade kennen da muss ich eine kleine runde drehen das ist auch egal jetzt fahr ich mit 100 km pro stu... eieieiei oh was ist denn das hier für eine ausfahrt au waren berührt ganz aber hat nichts gezählt oh god oh god oh god enge kurven mit so einem riesen bus da muss man sich erstmal dran gewöhnen Leute Donnerwetter gut jetzt fahr ich hier lang hahaha in Ordnung nein das war diesmal kein Schlag noch aber hier auf der autobahn kann ich volle pulle fahren das ist nur 100 im moment aber wenn ich jetzt ja mein Dings raus mache den Tempo Dings nein jetzt habe ich ihn drin oder was jetzt fahren wir langsamer genau jetzt habe ich ihn dann drauf oder wie jetzt? 100 knapp ok so und so einen Bogen hatte der auch dann auf der anderen Seite gemacht merkwürdig hoi aua oh strafe 1353 haha weil ich die Leitplanke berührt habe eieieieiei das war teuer ey wieso überholst du mich hier kleiner da bist du befeuert oder was? hahaha hast du deinen Führeraufwand gerade erst gekauft was? vielleicht auch noch bei KICK oder wie? gab es ein Sonderangebot oh Gott könnt ihr da vorne mal bitte äh Dingens vorfahren oder so? da ist doch gar keine Ampel oh Gott ah nicht Rahmen hier es kostet dann wieder Strafe ok ich blinge auch mal nach links hier so dann würden die auch hinter mir wenn da jemand ist dass ich nach links will ja ok es geht weiter holala alter hier darf ich nur 50 fahren ich fahre aber schneller als 50 naja zum Teil wo hier ist Endstation blinke 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 das ist die Endstation alle Passagiere müssen hier aussteigen danach fahren wir in die Garage und parken den Bus an alle die noch an Bord sind vielen Dank dass sie mit uns gefahren sind mit ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley Entschuldigung können sie mir nochmal beim aussteigen helfen natürlich hilfst du den Passagier im Rollstuhl beim aussteigen ja klar da Moment so siehste und die Rambe wieder einziehen so und Tür zu ich glaube das waren alle die Strecke zur Garage ist im GPS markiert wir haben einige Grafikdesigner beauftragt Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge ok ok so enter die Stelle da oben rechts fach schneller du einig oh weia es ist alles vorbereitet da drüben ich seh es ich seh es ähm mal gucken warnt nein nicht so Motor aus habe ich jetzt auch ein Touchpad ausgemacht Moment wie komme ich jetzt hier nochmal raus hier habe ich sowas wie das Türmenü da kann ich dann jetzt gucken welche Tür ich aufmachen will Tür 5 4 3 2 1 und so weiter oder man kann hier die Rollstuhlramme raus machen genau Haltestellen Bremse Fahrkartenautomat Steuerungsmenü da ist dann die Hupe Geschwindigkeitsbegrenzer Zündung Motormenü Ach Gott Neutral Elektronik An Rückwärts und so weiter Vorwärts das Radio Scheibenwüffer so so dann dann ich glaube ich da muss muss da rein noch mal kurz rein noch mal kurz rein warte mal äh Ups oioioioioioi Moment also so ok da kommt gerade keiner so oha muss das hier so eng sein Leute Tja alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt meinst du nicht auch Glückwunsch fahrt der Lichter aus ja so äh achja hier auch noch mal Randzoom aus 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 verlasse den Führerstand nein nein geh aus so äh wie kam ich jetzt noch mal raus indem ich hier Fahrradtür so lass mich nur schnell meine Sachen holen wir haben einige Systeme eingerichtet damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst ich zeig sie dir schnell ok ich hab ein paar Sachen aufgeschrieben die wir ausprobieren sollten bevor es zurück auf die Straße geht nur um sicherzustellen dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können eins nach dem anderen die im Rathaus möchten dass wir eine Testnachtlinie fahren um herauszufinden wie viele Menschen sie nutzen würden im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus ich hab schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht äh bei Nacht äh gut aber das mach ich dann nächstes Mal äh ich werde dann jetzt hier diese Folge beenden und ja wenn es dir gefallen hat dann kauf dir entweder das Spiel oder lade es runter oder schau doch beim nächsten Mal wieder vorbei hier beim Bus Simulator haha ich würde mich freuen wenn du das nächste Mal wieder damit bei willst also mach dir einen schönen Tag schönen Abend oder je nachdem wann du es guckst und dann sage ich Bye Bye